Ho Rido, ich bin der Bene und ich zeige euch heute ein Utensil, was in keiner Wildkammer fehlen darf. Die wilde Kiste. Die gibt es in zwei verschiedenen Farben. Einmal in unserem beliebten Jagdgrün und einmal im Blau. Da kann man Verunreinigungen wie Schweiß besser sehen. Apropos Verunreinigung, habt ihr schon unsere Einlegebeutel gesehen, da könnt ihr euch das Reinigen komplett sparen. Oder ihr schneidet euer Gulasch direkt mit unserer Schnellbrettauflage in die wilde Kiste rein und könnt sie mit dem Portel befüllen. Deckel drauf und ab in den Kühlschrank. Alternativ für die weite Wege haben wir unsere Thermobox für den Transport und passt problemlos in jede wilde Kiste. Wenn euch unser Kistenvideo gefallen hat, lasst mir ein Like da und bei Fragen gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.